Zunächst mal wollten wir uns einfach nur informieren. Wir sind hier, um einen Flüchtling aufzunehmen. Ja, also wie läuft das Ganze denn dann ab? Theoretisch. Ich meine, können wir uns einfach einen aussuchen, oder? Das ist hier nicht das Tierheim, Herr Hartmann. Was machst du hier? Äh, ich wohne hier. Ach echt? Nein, Quatsch. Wir müssen das Leben genießen. Mh, YOLO, chillaxen, Mann. Und wer ist dieser Afrikaner, der da dabei war? Das ist, das ist unser Flüchtling. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr Flüchtlinge aufnehmt. Äh, nicht Plural, Heike, einen Flüchtling. Das ist doch vielleicht erst der Anfang. Ihr habt so viel Platz, ja. Willkommen bei der Spanischen Inquisition. Ich bin ein Gott. Auch wenn ich ein Mann bin, ein Gott. Mein ganzes Leben in der Hand bin Gott. So y'all better quit playing with Gott. Ich bin ein Gott.